Ja, hallo ihr Lieben, hallo, ja schön, schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir es geschafft haben. Ich muss das mal schnell erzählen, wir hatten gestern Abend ein Konzert in der Nähe von Zürich, haben dann so gegen halb eins, waren wir fertig mit Zusammenräumen, haben uns verteilt, sind zweieinhalb Stunden schlafen gegangen und dann sind wir losgefahren hierher. Ja, und ich sag das jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwas zu sagen würde, oh, wir armen Musiker oder so, nein, es geht darum, dass euch klar wird, dass wir das für niemanden anderes als für euch machen würden. Und für den Henry und die Ramona und sonst für gar niemanden. Und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, dass wir heute jetzt hier sein dürfen und deswegen will ich jetzt gar nicht mehr zu viel arbeiten, der nächste Song heißt Keep, nein Quatsch, den haben wir gerade gespielt, Turtle heißt der nächste Song. Untertiteln und Es ist ein Lager, ich habe zu versuchen. Ich bin ein Lager, ich bin ein Lager. 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 Musik 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 An der Gitarre, Eddie Spano Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.